Ja, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen wieder mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, ähm, dieses Mal geht's um eine ganz, 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 ganz besondere Sache, nämlich um mein erstes Tattoo, beziehungsweise um meine erste Tätowierung und um ein, äh, kleines Thema von YouTube, nämlich um das Thema, ja, äh, Hater Army. Wie, sprich, ähm, wenn sich gewisse Fans, ähm, von einem Video angesprochen fühlen und denken, sie müssen dann auf einen gewissen Kanal, der, ähm, in Anführungszeichen zerstört wurde, von einem größeren Kanal, ähm, ja, im Prinzip, dass sie da dann auf den Kanal gehen und, ähm, haten, indem sie halt dumme Kommentare schreiben und, äh, ja, Dislikes da lassen. Ziemlich kompliziert, ne? Naja, es geht eigentlich. Eigentlich nicht. Ja, das Ganze übrigens nach dem Intro. So, servus, zurück zu diesem Video. Ähm, warum ich dieses Mal ein bisschen ruhiger rede, ist einfach, wir haben momentan mitten in der Nacht, also bei mir jedenfalls, wo ich dieses Video aufnehme. So, Freunde, ähm, im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay. Der spielt von einem guten Guntis Live-LP. Sein Kanal-Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung unter der Kategorie Gas Gameplay. So, Freunde, kommen wir zu den Themen. Ich weiß nicht, was soll ich zuerst ansprechen? Das Tattoo oder... Wir machen das Schlechte zuerst, okay? Und dann das Gute. Also, das Schlechte zuerst. Ähm, Hater Army. Warum gerade dieses Thema? Ich bin ein YouTuber, der sich ziemlich oft auf anderen Kanälen rumtreibt. So, ähm, ich gucke mir Realtalk-YouTuber an, ich gucke mir auch Meinungsblogger an und bin auch aktiver Zuschauer von so einigen Meinungsbloggern. So, ähm, das Ding ist allerdings, es ging letztens von einem gewissen YouTuber, ähm, ja, Teilzeit-Rektor, ne? Ich denke mal, dass er so heißt. Ich habe seinen Namen nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ich denke mal, er heißt so. Ähm, da war ich auf einem Video von ihm. Da hat er die objektiven Meinungen von Mr. Trashpack, ähm, ja, im Prinzip kritisiert und thematisiert. So, fand ich okay. So, ähm, im Video selbst hat er gemeint, dass, äh, ja, Herr Newstime glaubwürdiger ist als Mr. Trashpack. So, ich konnte mich währenddessen nicht mehr so ganz an, äh, diese Aussage erinnern und habe halt geschrieben, äh, in Anführungszeichen, Herr Newstime ist, ähm, warte mal, was habe ich denn geschrieben? Ist realer als du, genau, realer als du, so. Und da habe ich mich noch drüber beschwert, äh, dass viele Leute, die halt Real Talk reden, ähm, nicht gebürtigt werden. Und, dass, wenn man mir, nee, oder wenn man generell, ähm, etwas herausprovoziert, beispielsweise eine, eine Sache wie, ja, auf die Bühne rennen und, ähm, eine Show oder einen Auftritt crashen, so, so wie KuchenTV bei Chaos Freak. Dann habe ich geschrieben, dass man sich da nicht wundern braucht, wenn, ähm, der Typ auf der Bühne, ne, äh, ausrastet und dem anderen die Schnauze eintritt. So, dann hat dieser gute YouTuber, dieser Teilzeit-Rektor, ähm, ein neues Video gemacht, darüber, dass er nicht objektiv ist, weil er kein News-YouTuber ist, sondern ein Meinungsblogger. So, er hat mich dann ziemlich am Anfang des Videos, ähm, also hat er meinen Kommentar vorgelesen und hat unter anderem gesagt, ja, ähm, das zeigt doch schon, wie kompetent du bist oder inkompetent. Ähm, und, dass ich ja meine Denkweise ändern sollte und dass ich im Prinzip nur scheiße labere. So, mit dem Satz, dass er gesagt hätte, Herr Newstamp ist realer als Mr. Trashpack, da habe ich mich vertan im Prinzip, da habe ich mich, ähm, ja, keine Ahnung, äh, war dann mein Fehler. Ja, habe ich auch dann in seinem Video, äh, und hat sein Video geschrieben. Das andere ist einfach, ich habe mich nochmal kurz gerechtfertigt, obwohl ich mich nicht rechtfertigen brauche. Ich habe da 30.000 bis 40.000 Abos, habe ich noch so eine Erinnerung zur Zirka, und, ähm, ich habe mich dennoch gerechtfertigt. So, sprich, ähm, ja, ich habe halt gesagt, hör zu, das war mein Fehler so mit der Aussage, aber, äh, ich würde die Aussage mit, äh, Selbstjustiz würde ich immer weiter oder beziehungsweise immer wieder so erwähnen, so, also, beziehungsweise troppen, ja, also die Aussage, ähm, die würde ich immer wieder so bringen, auf gut Deutsch. So, und, ähm, ja, keine Ahnung, anscheinend kam es mir so vor, als wäre er dagegen. So, ähm, Selbstjustiz, ähm, Selbsthandanlegen, ähm, keine Ahnung, es gibt viele Leute, die halt Verschiedenes machen, ne. Ich meine, wir sind verschiedene Menschen, und es wäre ja langweilig, wenn wir alle gleich wären, so. Wenn irgendetwas passiert, da gibt es Leute, die schlagen drauf, da gibt es Leute, die versuchen, es verbal zu klären, und es gibt Leute, die es auf gesetzlichem Weg, oder beziehungsweise juristisch, je nachdem, ähm, juristisch kann man das sagen? Juristisch. Also entweder bin ich gerade bedeppert, ne, oder ich bin momentan, ja, noch mehr als bedeppert. Ähm, gesetzlich, ich sage einfach mal gesetzlich. Jetzt bin ich irgendwie, ich stehe auf dem Schlauch, juristisch. Ja, egal. Ähm, jedenfalls gibt es auch diese Leute, die halt das Ganze versuchen, gesetzlich zu klären. So, das sind zwar die feigsten, sage ich jetzt mal, aber die schlauesten. So. Es ist oft so. Ähm, ja. Dann gibt es Leute, die versuchen, es halt, wie gesagt, auf körperlichem Wege zu klären, indem sie den Leuten auf, den verschiedenen Personen auf die Schnauze hauen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich in, äh, so einer Situation, solch ein, äh, Kandidat, der halt einfach ausrasten würde. Ja, das kommt hier drauf an, weil ihr müsst euch vorstellen, ich will diese Sache zwischen KuchenTV und KS Freak nicht wieder, ähm, thematisieren. Einfach nochmal kurz erwähnen, was ich gemacht hätte. Ich kann, also ich habe KuchenTV eine Zeit lang gefeiert, zwei Jahre lang. Ähm, ja, keine Ahnung. Momentan gucke ich nur manche Videos von ihm. Das, äh, Video über die Rekruten, das fand ich ein bisschen, naja, das ist halt ein Thema, das ist kontrovers. Egal. Das Ding ist allerdings, KS Freak ist für mich einfach, keine Ahnung, uninteressant, ja. Ich feiere ihn nicht, ich hate ihn auch nicht, ich gucke ihn ja nicht mal. Der ist für mich im Prinzip uninteressant, so. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich als Musiker, ähm, ich mache seit 2011, mache ich Musik. So, wenn ich dann einen Auftritt habe, so, und vor hunderten Leuten oder tausend, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, performe. Und meine Familie noch da drin sitzt und einfach irgend so ein Typ hochgesprungen kommt, auch wenn ich den kenne. Und da reißt mir kurz das Mic aus der Hand und sagt, abonniert, bla bla bla. Und zieht da irgendwie eine Bitch-Show ab, indem er irgendwie seinen Kumpel von hinten nimmt. Ähm, also entweder würde ich mich unkontrolliert auf ihn stürzen, oder? Äh, ich würde warten, bis ich dann mit ihm zusammen im Backstage-Bereich bin. Und spätestens da würde ich ihn am Hals nehmen und einfach, keine Ahnung, so. Wie soll ich meinen? Ja, und, ähm, das klingt zwar jetzt dämlich, aber er hat den Auftritt gecrashed. Also, wenn bei mir sowas passieren würde, ich könnte mich nicht mehr kontrollieren, so. Ähm, war zwar vielleicht lustig für die einen oder anderen Kids da draußen, ne, für die 12-, 13-Jährigen, so. Auf dem Weg, hehehe, er ist auf die Bühne gestürmt, so, hat ihm das Mic aus der Hand gerissen, so. Und hat irgendwie, keine Ahnung, sich kaputt gelacht. Also, Leute, naja, wie alt sind wir denn, ne? Also, Spaß, äh, ich verstehe viel Spaß, ich verstehe auch schwarzen Humor, aber das hat überhaupt nichts mit Spaß zu tun, sorry. Eine andere Person hätte ihn halt einfach, ja, ne? So wie es Kommanderkrieger gesagt hat, er hätte ihn umgehauen, so. Ähm, wie gesagt, ich wurde da in diesem netten Video von dem Teilzeitrektor, wurde ich ja am Anfang erwähnt, und hätte halt gemeint, ja, ja, keine Ahnung, ich bin halt, ich soll meine Denkweise ändern, und, ähm, wie kompetent ich denn wirklich bin, oder inkompetent, keine Ahnung, ob er es jetzt mit Ironie oder nicht, äh, ironisch ausgedrückt hat, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, ich hab mich ja direkt geäußert zu. Allerdings, nur weil ich erwähnt wurde, sind einige nette Hater auf mich zugekommen. Ähm, er hat zwar, also ich hab mir sein Video nicht ganz angeguckt, nur den Part, wo ich vorkomm, ist ja klar. Und, ähm, ich weiß nicht, ob er irgendwann erwähnt hat, ich denk mal nicht, weil das wäre ja dämlich und kindlich, und wegen, ja, geht man auf die Kanäle und hate die runter, keine Ahnung, aber rein die Intention von diesen, ähm, Zuschauern von ihm. Sie kommen auf meinen Kanal, und nur weil ich seine Aussage kritisiert hab und gemeint hab, dass ich anders handeln würde, in so einer Situation, wo man eigentlich Selbstjustiz vermeiden sollte, haben sich ein paar Leute gedacht, sie könnten auf meinen Kanal kommen und einfach alles disliken. So, und ich bekomme seit neuestem pro Video, ja, 4, 5, 6 Dislikes. So, das ist wahrscheinlich nicht viel, aber im Verhältnis, dass ich nur so 20, 30, 40 Likes bekomme auf die Videos, das sind Sex, Dislikes, schon ein bisschen was. So, weil das ist ja wurscht, das sind ja nur Daumen hoch oder runter, das sind ja Bewertungen, ja, ja, ich weiß, aber halt mal, shopp. Ähm, ich bekomme Kommentare geschrieben, auf einmal, ganz plötzlich, stirb du Hurensohn, ähm, du bist ein Schwanzlutscher, geh dich vergraben, äh, häng dich auf, du fettes Bastard, hab ich auch bekommen, ne, da denk ich mir so, der Bastard, hm, fettes Bastard, oh, komisch, warum fettes überhaupt, fettes Bastard, hm, da hab ich mal wieder die Intelligenz der Menschen halt ein bisschen hinterfragt, vergeblich, ähm, das Ding ist halt einfach, ähm, ich weiß nicht, was die Kinder dazu lockt, weil ich, ich denk mal nicht, dass das 20-jährige Leute sind, so, denk mal, sie sind so 14, 15, so, wo noch das cool finden, wenn man anonyme im Internet ein bisschen den Helden spielt, ne, ich find's, keine Ahnung, ich find's amüsant, ja, ähm, du bist ein Schwanzlutscher, okay, ich bin ein Schwanzlutscher, weil ich, ähm, eine Meinung kritisiere, und, äh, sagt, dass ich Selbstjustiz, ähm, eher machen würde, als, ähm, ja, überhaupt nix machen, im Prinzip, was soll ich mein, okay, gut, dann bin ich halt ein Schwanzlutscher, so, weiß zwar nicht, wo sie das gesehen haben, aber okay, gut, ähm, wenn irgendwelche Hater von 12, 13, und sowas sagen, dann ist das bestimmt so, sicherlich, egal, ähm, nächstes Thema, ich bin damit durch, ich find's einfach nur amüsant, ich kann hier nix dagegen tun, es ist cool, ich find's cool, so, Thema Tätowierung, ich hab vor 3, 4 Jahren, 2012 war das, hab ich mit meiner damaligen Freundin gesagt, also besprochen, irgendwann will ich hier eine Tätowierung auf meinen Unterarm, auf meinen linken Unterarm, da will ich MCC drauf tätowiert haben, so, oder drauf tätowieren lassen, mit der Schriftart Bitch Slap, so, irgendwann ist der Gedanke halt vergangen, so, weil die Kohle war nicht da, zu dem Zeitpunkt, und, ähm, irgendwann hab ich's halt vergessen, so, ich hatte vor kurzem Geburtstag, hab ich ja gesagt, also am Sonntag, ja, von euch ausgesehen, keine Ahnung, egal, am Sonntag, jedenfalls am 6. November, hatte ich Geburtstag, und, ähm, von meiner Mutter halt im Prinzip, äh, ein Geschenk bekommen, sprich, sie hat einfach, ja, eine Tätowierung bezahlt, weil sie wissen, weil sie zu dem Zeitpunkt wusste, ich will unbedingt eine Tätowierung, ich will unbedingt meinen Namen auf den Unterarm drauf tätowiert haben, ähm, so, sprich, ich war dort, mit ihr, beim Letten tätowieren, ähm, wir haben auch dort noch besprochen, dass ich ein Video drüber mach, und das auch anspreche, es sieht extrem geil aus, klar, es muss abheilen, ähm, ich werd's nochmal nachstechen lassen müssen, ähm, muss es halt jeden Tag pflegen, mit, mit Creme im Prinzip, oder beziehungsweise Salbe, ist ja ein Unterschied, ne, und, ich werd euch gleich mal ein Bild anblenden, aber noch nicht jetzt, so, und es hat extrem geile Schattierungen, ihr werdet's, ihr werdet das Ganze gleich, selbst, äh, sehen, es ist richtig geil geworden, im Prinzip, ich bin mehr als zufrieden, es ist ein kleiner Lebenstraum, es ist das erste, aber nicht letzte Tattoo, so, soviel dazu, Freunde, ich bin hier erstmal raus, ähm, ich werd gleich nochmal ein Bild anblenden, so, jetzt werd ich ein Bild anblenden, so, dann könnt ihr es sehen, wie gesagt, das sind die Schattierungen, im Prinzip, die, die Farbe ist halt schwarz, ist geil gemacht, im Prinzip, der komplette Unterarm, es sind sieben Buchstaben, wie man erkennen kann, ich find's geil, ich find's richtig Hammer, in vier Wochen muss ich dann nochmal hin, nachstechen lassen, und dann, ja, bin ich mal gespannt, wie das so ist, gut, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was haltet ihr von dem Thema Hater Army, und, ja, was habt ihr zum Tattoo, ist es gut gelungen, ja, würde mich mal interessieren, dann, da, MTZ over and out, tschüss Freunde, und dann, da, ja, da, da,